hi leute ich begrüße euch hier auf etwas mehr wasser zu einem neuen video hier auf meinem kanal heute mal ein info video oder ein erklärvideo warum weshalb wieso als allererstes das ist mein neues setup wofür für videos die euch da draußen interessieren und da mache ich jetzt als allererstes mal einen aufruf an euch da draußen ich weiß dass ich in letzter zeit sehr viele videos über technik vorstellungen also sprich produktvorstellungen gemacht habe was euch da draußen halt nicht ganz so gefallen hat hat einen gewissen hintergrund den ich euch schon mal erzählt habe ich erzähle es noch mal gab einige sachen halt von der refactory unter anderem nachzuholen grundsätzlich stelle ich ja hier auf dem kanal nichts vor was ich nicht in irgendeiner form auch einsetze und tatsächlich setze ich auch nicht alles ein was ich vorgestellt habe aber zum teil geht das ja rüber zum torsten so was ist mit torsten ist und sein becken da kommen wir gleich zu aber fakt ist ich habe tatsächlich in letzter zeit sehr viele videos als produktvorstellung gehabt so jetzt möchte ich diese videos natürlich hier und da natürlich weiterbringen es werden auch noch weiter produkte kommen die ich euch natürlich vorstellen möchte aber vielleicht in einer leicht anderen form nicht das ist das mag wieder die fabrik hat geschrieben das kann er das kann er das kann er das kann jeder ich möchte das so ein kleines bisschen interessanter für euch gestalten und zwar habe ich damit zum beispiel angefangen mit diesen beiden produkten hier das sind beides produkte die tatsächlich schon etwas länger auf dem markt sind und einigermaßen verkannt werden der senai ist von vielen von euch da draußen zum beispiel nur als reines mich lichtmessgerät genutzt worden aber was dieses gerät tatsächlich noch weiter kann und was mir das nützt das ist eigentlich nie so wirklich kommuniziert worden oder nicht wirklich darauf eingegangen worden es wird jetzt am samstag entsprechendes video zu diesem gerät rauskommt ja ich werde detailliert auf dieses gerät eingehen ich werde detailliert das vorstellen ich werde aber auch euch da draußen erzählen warum dieses gerät mehr ist als ein lichtmessgerät und wofür ihr das da draußen einsetzen könnt und was euch das nützt so das ist der plan dann hier af 110 wirbelbettfilter von aqua forest ist auch schon eine zeit lang draußen was hat der jetzt hier zu suchen ja ganz einfach nicht ganz einfach sag ich euch jetzt nix zu aber es geht sich einmal um den alten wirbelbettfilter es geht sich um den vorgänger vom af 90 von von dem den af 90 den ich habe und es geht sich natürlich darum was ist an dem anders etc ja so in der richtung möchte ich die zukünftigen videos gestalten dann möchte ich euch natürlich hilfestellungen wieder an die hand geben was natürlich mit masse einmal an zu allen möglichen produkten im gebrauch ob es jetzt eine tunse pumpe ist ob es jetzt ein abschäumer ist ob es eine rückförder pumpe ist seht ihr da kommt auch noch ein entsprechendes video zu zu der abyss die ich da unten drin habe oder ob es zu refactory produkten gibt ist die so ein kleines bisschen tricky hier und da sind oder die vielleicht nicht so funktionieren wie ihr euch das da draußen vorstellt und warum das so ist und all das möchte ich halt in entsprechende videos reinpacken und deshalb habe ich mir auch hier so ein kleines bisschen das studio aufgebaut dass ich etwas ja einfacher und schneller mal eben mich hinsetzen kann und euch erzählen kann warum ist denn das so eine arbeit das ding hier einzurichten im vergleich zu so einem vielleicht hier zu dem korallenwächter oder tipps und tricks wie mache ich es richtig was könnte passieren nicht nur zum keeper oder generell zu verschiedenen produkten dann hingehen und meine alten videos kurz erklärt nicht neu drehen nicht neu machen aber updaten also sprich videos wie zum beispiel ich habe damals ein video gemacht über lantan da sind so einige sachen drin gewesen die waren etwas unglücklich gewählt so das habe ich das ganze dann versucht zu korrigieren indem ich es drunter geschrieben habe jetzt weiß ich aber aus eigener erfahrung die beschreibung liest man eigentlich fast gar nicht und von daher ist es eigentlich nicht sinnvoll fehler die man im video oder sachen die man im video nicht erwähnt hat einfach drunter zu schreiben und zu hoffen dass ihr da draußen euch dann auch alles anschaut und alles durchliest was da vielleicht drunter steht und hofft so nach dem motto hat sich damit erledigt nein mache ich nicht ich werde mir die serie vornehmen werde mir so stück für stück die videos nochmal anschauen und dann hier und da dann entsprechende videos rausnehmen neu abdrehen aus einem neuen wissensstand mit neuen erfahrungen also die sind ja schon eine zeit lang alt und damals hatte ich einen anderen wissensstand wie heute muss ich ja ganz ehrlich sagen ich habe mich ja auch weiterentwickelt behaupte ich jetzt mal ja und so ist zumindest der grobe plan was auch noch kommen wird und was wir machen werden ich werde die Vipers Meerwasser Lounge wieder ins Leben rufen beziehungsweise sie war ja wirklich nicht wirklich weg sondern es fehlt einfach nur die Zeit und die entsprechenden Gäste die haben nicht gefehlt ich habe mich einfach nur nicht drum gekümmert aber es geht jetzt wieder los und zwar starten wir direkt mit einem knaller Duo am 16.03. um 19 oder 20 Uhr weiß ich noch nicht und es werden bei mir zu Gast sein der Jörg Kokott und der Tolga von Reef Art und Design und ja Thema wird noch festgelegt wir machen nämlich jetzt am Sonntag machen wir einen Technik Check und da legen wir dann auch die Themen nochmal genau fest darüber wir sprechen wollen und ja dann wird das ein sehr interessanter Abend ich habe auch noch viele andere Gäste auf der Liste die ich schon angeschrieben und angesprochen habe wo ich dann hier und da auch schon Zusagen gekriegt habe wo mir gesagt wurde yo derjenige kommt der macht müssen wir halt noch ein bisschen vorbereiten geht halt nicht alles mal so eben wie zum Beispiel ein Tobias Neier ist ständig unterwegs ihr seht ja die Storys die er mehr oder weniger regelmäßig tagtäglich auf Insta postet und da seht ihr dass er schon wieder da ist dann ist er schon wieder da und ist halt schwierig so jemanden dann natürlich auch mal für zwei, drei Stunden an einem Wochenende an einem Samstag wo es dann eigentlich ums Entspannen geht vor die Kamera zu bekommen aber ich arbeite dran und ich werde definitiv noch sehr interessante Gäste rankriegen mit denen wir über gewisse Dinge quatschen können und ja das mal so als allgemeine Info also ich möchte diesen Kanal wieder interessant machen für euch und da brauche ich natürlich auch eure Mitarbeit und eure Hilfe was auch kommt nochmal kurz Kommando zurück ich mache natürlich meine Tagebücher weiter hier von meinem Pott da hinter mir und wir werden zusätzlich einwerfen was ich jetzt auch schon angefangen habe die Tagebücher vom Thorsten von dem seinen Werdegang und was da jetzt halt mit dem Zwischenbecken passiert und 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 ich denke aber wir werden das aus der Serie mehr Wasser für Anfänger herausnehmen werden da eine separate Serie draus machen weil Anfänger kann man ja zu ihm eigentlich schon nicht mehr sagen na vielleicht doch er macht es jetzt ja ich bin der Meinung er macht es ziemlich gut er kriegt es gut hin der fragt nicht mehr so viel aber es läuft also ich denke mal wir werden da diesbezüglich eine neue Serie aufziehen also sprich eine neue Playlist aufmachen und dann da seine Videos reinpacken ja aber nochmal darauf zurück zu kommen was würde euch da draußen denn ja gefallen was ich hier an Videos bringen soll es ist natürlich nicht ganz so einfach über Sachen zu reden von denen ich pauschal gesagt keine Ahnung habe weil das ist ein Grundsatz den ich hier habe wenn ich nicht weiß wovon ich rede oder wovon ich reden soll dann tue ich das eigentlich auch nicht von daher möchte ich gerne mal die Frage jetzt an euch da draußen stellen was kann ich an diesem Kanal verändern außer das was ich jetzt gerade gesagt habe um den für euch da draußen interessanter zu machen die Infos die ihr haben wollt auf welche Art und Weise wenn ich mehr Zeit hätte würde ich ja auch ganz gerne hier und da mal Hausbesuche machen und mir Becken angucken und ein bisschen sagen wir mal so ein Aquatalk unterwegs machen ZB muss ich aber auch Zeit für finden und vor allem es darf nicht zu weit weg sein ja sind wir so Kleinigkeiten aber schreibt mir doch einfach mal runter in die Kommentare was ihr von dem Konzept was ich jetzt mehr oder weniger vorgestellt habe haltet was ihr vielleicht auf diesem Kanal mehr sehen wollt was ich vielleicht bringen kann wie gesagt alles nur Sachen aus eigener Erfahrung wovon ich dann keine Ahnung habe versuche ich mir dann die entsprechenden Gäste ranzuholen aber ja so in der Richtung also ich möchte den Kanal wieder für euch interessanter machen und dafür brauche ich jetzt natürlich eure Mithilfe also lange Rede kurzer Sinn wenn ihr Ideen habt die ich umsetzen könnte schreibt es runter in die Kommentare ihr wisst natürlich nicht was ich alles umsetzen kann aber ich bin da erstmal auf eure ganzen Kommentare gespannt und dann schauen wir mal weiter was ich davon machen kann ich werde dann ein zweites Video wieder hinterher werfen oder mal zwischendurch ein kleines Live wie am Sonntag zum Beispiel und dann können wir ja darüber mal quatschen und aber erstmal brauche ich Anregungen ich muss erstmal ja ich bin hier in meinem ich sag das mal in meinem kleinen Raum in meiner kleinen Welt und denke ja das könnte ja das könnte hier draußen interessieren interessiert mich finde ich toll aber ob euch das da draußen wirklich interessiert das weiß ich nicht also haut in die Tasten haut mir die Kommentare voll was ihr in meinen Augen viel zu wenig tut auf meinem Kanal und das möchte ich dann auch nochmal kurz darauf hinweisen ähm haut die Kommentare voll schreibt wenn euch irgendwas nicht passt oder wenn ihr der gleichen Meinung seid oder was auch immer schreibt unten drunter schreibt aber bitte mit nicht nur einem Wort sondern eine vernünftige Kommunikation ist für mich Grundvoraussetzung wenn irgendjemand sagt äh das ist scheiße das kannst du vergessen das ist alles doof ähm ist das für mich keine Aussage ja also ähm eine vernünftige Kommunikation sollte da schon stattfinden ihr wisst wenn ich mit irgendwas äh was nicht anfangen kann oder wenn ich mich angegriffen fühle diesbezüglich äh weil derjenige mich persönlich entweder persönlich angreift oder wie auch immer dann lösche ich die Kommentare ganz einfach ja äh ich hab da keinen Bock auf Stress also von daher wisst ihr Bescheid und äh wir sehen uns dann am Samstag zu den komischen Dingen hier und ja dann würde ich mal sagen vielen Dank für eure Aufmerksamkeit einen schönen Tag Abend oder Nacht oder wenn ihr dieses kurze Info hier gesehen habt ich zähle auf euch haut in die Tasten und äh Däumchen nicht vergessen euer Viper Ciao von 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 Bis zum nächsten Mal.